Die So Freunde, willkommen zurück bei LastBerryCurbysHundback und wir an der Stelle und wir wollen kein Geld verdienen, weil ich will die Karte nicht zu lang belasten. Ja, Karte hilft mir wieder. Okay, du wurdest jetzt erzeugt, aber der hilft uns nicht, weil ich zeig's dir mal kurz. Ich bin nicht mal kurz zu mir und halt gedrückt. Aber ich kann sowieso erstmal das da machen. nimm mal so jetzt bin ich kurz zu mir so ich zeige mal kurz, also wir müssen hier so lang rollern so, weeehoo mit den Scheitern hier und irgendwie dann halt, da diese diese Grube ist für mich ein arges Problem und dem brauch ich deine Hilfe, weil ich muss bis nach hier hinten und dadurch um an den Schatz zu kommen und ich kann von selbst nicht jetzt soll ich dir helfen äh, weil du mein Gefährt bist, du kannst springen ich kann's nicht äh, du kannst wieder herkommen ja, dann lass mich bitte noch auf die Steuerung klappen warte, 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 ich muss ja mit drauf, deswegen ja, aber ich muss auf die Steuerung klappen, also gib mir ein paar mit Sprungknopf springen versuche wenn ich den Punkt noch finden deswegen du musst rollern und dann halt darüber springen äh, ja, das war jetzt aber spring doch, du Mongo oder ich muss dann halt abspringen lass uns mal mit Abspringen testen scheiß auf den Scheiterkorn ich bin einfach nur zu fett sowieso wie spring ich denn na super komm na, da war ja gut achso spring, mann na super boah, komm ich einfach nur fett bam yay so das wird jetzt von ja, der, oah, der war so ne, was, oder braucht der Gassen hahahahahahahaha das ist von bzw. der ist halt erfährt achtsa, achtsa, warte, das ist von ähm, hier starten opsa das war einfach was zu gucken, Männer, du Let's go! Was da? Gippstoff, Mann! Zu langsam! Du bist so schlicht Das sind zangenschwer Ähm, was zur Was? Von wegen, ich kann springen Ja Männer ist genauso otorisch umgegabt wie deiner Ja, aber Ull Ich brauch dich zum Absprung, deswegen Gippstoff! Sekunde Ok Da musst du dich kurz wusten Ich hab mal geztankt! Nein! Das haben wir schwer Das ist ne Sache von Minisekunden, warte kurz Die Verzögerung meiner Steuerung ist auch wunderbar Du musst einfach nur Gas geben So Go! hau ammann gefühl sind sehr identiert wenn ich das nicht springen kann das war ein bisschen auf los und versuch zu wo zu springen durch ja ich kann das nur mit diesen dämlichen okay warte bleibt sehen was zur das fällt mir nicht so leicht Ok, so. Das schaffen wir. Und selbst wenn das heute der einzige Bestandteil des Parts sein wird. Ja, go, go, man! Zur Helle, das muss irgendwie machbar sein. Spring! So, hallo? Ja. Heute ist das für Ansprung. Oh Gott. Oh. Bäh! Das muss aber... Schaffste! Komm schon! Kann sein, dass du wirklich irgendwie springen musst? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht wie. Lass mal einfach, äh, halt dann mal nicht in Richtung gedrückt, sondern versuchen wir dann zu springen aus dem Kack. Oh ne, warte. Warte! Rönt mal! Warte. Ich hab irgendwie gesprungen! Ja, super, das ist das Richtungswechsel. Was finde ich? Wuhu! Ich versuche was. Ok, eigentlich musst du's testen, weil ich kann nichts machen. Aber Ecke. Ja! Ja, das schaffen wir nicht. Moment mal! Warte, was passiert, wenn wir nur da vollrandonnern? Mal, ihr soll's testen. Hä? Fahr los! Haha. Heeeeh. 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 Reicht. Ha! Heeeeh! Ja! Weak to me! I'll be back! Hm, da sind wir von- Ok, wenn wir von hier den Stoff, gibt es doch Schwachsinn. Warte, weiter, weiter, weiter! Let's go! Ja, der war gut geplant. Alter, drehe ich um. Sollte, stopp. Ich hab von dir gestorben keinen Plan. Go man! Ja, ja, sie kommen. Das ist, äh, fine feeling. Ja, komm, 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 komm! Nein! Sicher, dass das so zu schaffen ist? Also, ich erinnere... Das muss man zu zweit machen, also alleine auf keinen Fall. Ich glaube, du musst irgendwie wirklich durchspringen. Ich frag mich nur, wie, warte. Nein, das war's nicht. Warte, control settings mal angucken. With a partner alone, really, rideable be a great ride. Press X to C 29. When riding double, use teamwork to race past the bad guys. Carry Y star bullets. Get off the bike. I'm sorry, but aim. Really, jump mit Y. Also... Was? Ähm... Ich hab die Steuerung ja um mir, dass ich muss, äh... Herausfinden, was bei mir das B wäre. Nein, das ist ja für mich, um abzuspringen. Das ist das... Wow! Moment mal. Gib mal Luh... Gib mal Stoff. Ist egal. Ja, das ist das. Warte, kann ich auch nach vorne abspringen? Warte. Mal sehen. Na super, also festhalten. Ja. Ach, warte, warte, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Oh Gott, aber das wird schwer umzusetzen, zu sein. Warte, wie weit ist der Abstand? Stell dich mal zum Schalter. Ups. Warte. Mal sehen, wie weit das geht. Ja, okay. Bis hier. Gib Gummi! Einfach Gummi geben. In Richtung Schalter, oder wo? Ja, Richtung Schalter. Ja, super. Nicht schlecht. Ja, also ich glaub, du hast dich halt einfach getroffen. So könnte es aber funktionieren, ich zweifle einfach nur dran. Ja. Warte. Ja, super. Okay, du musst live. Ich fand die gut. Ja, warte. Oh, los! Mann, das ist doch reinig. Moment mal. Idee. Kurz, stopp, kannst du kurz hier warten? Ich denke. Gut. Freunde, bis gleich wartet. Boah, ey. Gute Erkenntnis. Ja, wir sind hier wieder da und boah, Todesleck. Passt, Leute, warte mal kurz. Okay, alles wieder, klar. So. Ähm, joa, kurz wieder angeguckt. Äh, nicht grad. Verdammt. Bleib mal kurz hier. Ich muss ja mit drauf. Oh, jetzt leckt das wieder so zu Tode. Was, was zur Wart mal. Oh, warum jetzt Todesleck? Hallo, du. Mir scheißegal, ob... Mir scheißegal, ob das Asen-Kon-Würde war so ein Kack. Aber, also ich muss... Ich meine, jetzt ist Video. Halt, ich warte. Nein. Bleib mir hier, ich muss auf den Ruf. Ja, die Steuerung. Ich drück schon, die andere Schmerer, und der gibt Stoff, wie sonst was. Also, bei mir ist es gerade zu Tode. Egal, es geht ja nur um dich. Ich muss nichts machen, ich muss nur Ruf. Irgendwie, während du Gas gibt, kann zu springen. Was passiert, wenn du nach vorne drückst? Wenn du, wenn du nach vorne drückst, dann glaubst du fährst du schnell, wahrscheinlich, wenn du nach oben drückst, also während du... Den Angersknopf, lass mir alles noch dann los. Also, auf Grader, weiterer Strecke bitte. Auf den Teilen fertig kann sich das schlecht üben. Halt mal in den Angerskopf nicht gedrückt und drücken, einfach nur. Der Sprung. Weißt du, wie die ganze Seite da eigentlich? Und dann auf die Sprung drücken, oder wenn, muss man dann während des Näher nach oben drücken mit. Hab ich eigentlich alles schon versucht. Dann bin ich arg verwirrt. Also jedenfalls legt das gerade schön. Aber es kümmert mich nicht, ich will nur dieses verdammte Rätsel schaffen. Das war definitiv nicht. Also wenn ich Sprung drücken, springst du hier ab, das ist aber nicht Sinn der Sache. Und kann ich eventuell auch irgendwie. Nein, das war's nicht. Verdammt. Hallo, hör auf. Alter. Oh, mit Legs. Boah. Ich weiß nicht, wie man... Moment mal. Äh, so, Settings. What all are you, enemies? Call, happen, write the wheel, what out for thorns and don't speed. Can break. Dash, dash, release. Wenn Y kann's das auf jeden Fall abbrechen. Hm. Mal sehen. Was ist, wenn du jetzt mal die Angerskopf drückst? Ähm. Ja, warte. Auf Graderstrecke. Na, stell ich mal hier hin? Ich hab sogar getestetet. Mal sehen. Dann hält er den Dash an. Hab ich gerade gesagt. Hm. Mit B kannst du auch Break machen. Das heißt nicht... Also langsamer werden, aber das hilft ja nicht. Was? Ups, sorry. Also auf jeden Fall, äh, jetzt nicht so ein Leggy. Und es ist wie ein Leggy. Leck mich doch am Arsch. Also das zum... Somit den Abspringen klappt das auf jeden Fall. Das ist eine Sache von Millisekunden. Da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020